Dieser Clip zeigt, wie die verschiedenen Fanghilfentypen in Archicad 19 grafisch gekennzeichnet werden. Wenn Archicad Fanghilfen zeichnet, zeigt das Programm auch eine grafische Kennzeichnung der verschiedenen Fanghilfetypen an. Es gibt die folgenden Kennzeichnungen. Wenn die Fanghilfe für einen einzelnen Fangreferenzpunkt gezeichnet wird, stellen die Fanghilfen der Hauptachsen X und Y den X- und Y-Text jeweils neben dem Cursor dar. Sie werden auf der 50-Pixel-Verlängerung der Fanghilfe über den Cursor hinaus dargestellt, somit beeinflussen sie die Benutzereingabe nicht. Wenn eine Fanghilfe an einem zunehmenden Winkel gezeichnet wird, wird der Winkelwert auf der Fanghilfe dargestellt. Wenn eine Fanghilfe parallel zu einer Fangreferenz gezeichnet wird, wird ein Parallelsymbol neben dem Cursor angezeigt. Das selbe Parallelsymbol wird ebenfalls auf einem Fanghilfekreis, der konzentrisch zu einem Fangreferenzbogen oder Kreis verläuft, dargestellt und es erscheint unterhalb ihres Cursors, wenn die Fanghilfe erscheint. Wenn eine Fanghilfe Lotrecht zu einer Fangreferenzlinie verläuft, wird ein rechter Winkelzeichen an ihrem Schnittpunkt gezeigt. Solche Lotrechten Fanghilfen können durch einen Fangreferenzpunkt verlaufen, von einem der beiden Enden einer Fangreferenzlinie ausgehen oder die Tangente zu einem Fangreferenzbogen oder Kreis bilden. Das selbe rechter Winkelzeichen wird für alle diejenigen Tangentenpunkte angezeigt, egal ob es sich um Bogen oder Kreistangenten handelt, die durch Fangreferenzpunkte verlaufen. Normale Punkte von Fangreferenzbögen und Kreisen, Bogen und Kreistangenten parallel zu Fangreferenzlinien oder Außentangenten zweier Fangreferenzbögen oder Kreise und Innentangenten zweier Fangreferenzbögen oder Kreise. Bei einer Fanghilfe, die die Mittelpunkte zweier Fangreferenzbögen oder Kreise verbindet, wird ein kleiner Kreis mit einem Punkt in der Mitte – Symbol neben ihren beiden Mittelpunkten dargestellt. Wenn es sich bei der Fanghilfe um eine Winkelhalbierende handelt, werden die beiden gleich großen Winkel am Eckpunkt des Winkels in ihrer Mitte mit einem Haken markiert. Wenn eine Fanghilfe bis zu einem Punkt verläuft, der außerhalb des auf dem Bildschirm sichtbaren Bereichs liegt, wird ein Kennzeichnungssymbol auf der betreffenden Fanghilfe in der Nähe des Bildschirmrands dargestellt. In Abhängigkeit davon, ob es sich bei den Fanghilfen um lotrechte Linien, Linien, die zwei Mittelpunkte verbinden oder Winkelhalbierende handelt, werden unterschiedliche Symbole dargestellt. Bitte beachten Sie, dass es bei den nachstehend genannten keine zusätzliche grafische Kennzeichnung gibt. Maßhilfslinien von Fangreferenz-Liniensegmenten, Erweiterungskreise von Fangreferenzbögen und Fanghilfen, die zwei Fangreferenzpunkte verbinden, da diese selbsterklärend sind. Schrauben Bekannt 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 Bekannt